Georg Prinz von Sachsen-Meiningen war als Georg III. Oberhaupt des Hauses Sachsen-Meiningen. Leben Georg war ein Sohn des Prinzen Friedrich von Sachsen-Meiningen und dessen Frau Adelheit Prinzessin Zulippe Biesterfeld. Nach dem Tod seines Vaters war er von 1914 bis zum Ende der Monarchie 1918 Erbprinz von Sachsen-Meiningen. Später arbeitete er als Richter in Hildburghausen, von 1926 bis 1945 war er Besitzer der Weste Hildburg. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten trat er zum 1. Mai 1933 in die NSDAP ein und erhielt die Mitgliedsnummer 2.594.794. Während des Zweiten Weltkriegs war er Major in der Wehrmacht. Er und seine Familie wurden 1945 entschädigungslos enteignet, er selbst starb 1946 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Nordwestrussland. Seine Frau flüchtete mit den Kindern nach Westdeutschland. 2007 erhielt seine Tochter Regina 47 Gemälde von der Stiftung Schloss Friedenstein zurück, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Teil seiner Privatsammlung auf der Weste Hildburg in der sowjetischen Besatzungszone enteignet worden waren. Nachkommen Er heiratete am 22. Februar 1919 Clara Maria Gräfin von Kofgenan-Schmiesing-Kersenbrock in Freiburg im Breisgau. Sie war die Tochter des Forstmeisters von Harzfeld, Graf Alfred von Kofgenan-Schmiesing-Kersenbrock und seiner Frau Helene, Geb, Freien von Hilgers. Diese war eine Schwester von Helene Elisabeth von Isenburg. Mit ihr hatte er folgende Kinder, Anton Ulrich. Friedrich Alfred lebte als Mönch und erlaubte die Erbfolge unter Ausschluss seiner selbst zugunsten seines Onkels Bernhard. Marie Elisabeth Regina verheiratet mit Otto von Habsburg. 1940 fiel Anton Ulrich im Zweiten Weltkrieg. Seine Eltern richteten daraufhin auf der Weste Hildburg eine Gruft ein, in der Anton Ulrich auch beigesetzt wurde. Nachdem sowjetische Truppen die Burg bezogen hatten, wurde der Sarkophag 1951 entfernt und auf dem Friedhof in Hildburg begraben. Im gleichen Grab wurde 1992 auch seine Mutter begraben. Dem Wunsch der Familie entsprechend wurde die Gruft auf der Weste Hildburg bis 2006 wiederhergestellt. Die Umbettung der beiden Verstorbenen vom Friedhof auf die Burg fand am 22. Februar 2006 statt. Die Überführung des 1946 in sowjetischer Kriegsgefangenschaft in Nordwestrussland verstorbenen Georg I. ist geplant. Am 10. Februar 2010 wurde Regina von Habsburg ebenfalls in dieser Gruft beigesetzt. Nach dem Tod ihres Mannes aber nach Wien überführt und am 16. Juli 2011 zusammen mit ihm in der Kaisergruft bestattet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 .